Modulkonstruktion finalisiert. Sie haben den Elektrokondensator? Sehr gut. Dann können wir zur zweiten Komponente übergehen, einer Magnetspule. Bitte beeilen Sie sich mit der Entwicklung. Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. Okay, 500. Energieoutput muss erhöht werden. Noch mehr Energie. Ich habe doch den Arsch offen. Hm. So, dann erhöhen wir hier mal den Energieoutput. Boah. Wir brauchen 500. 500. Wie kriegen wir hier 500 zusammen? Ich könnte... Kann ich denn... Kann ich denn ein... Hm, ich könnte vielleicht ein Atomkraftwerk bauen. Das würde so viel Strom bringen. Dann fahre ich mal hier hin. Dann kann ich mir natürlich... Hm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es ja. Nee, auch nicht. Hm. Das produziert noch munter. Was noch genug hat. Jo. Haben wir noch genug Staub. Acht Stäube haben wir noch. Aber nur der macht das so, wie es ich brauche. Für das braucht er nur Uran. Und das dürfte ich jetzt damit... Produzieren. So, du bist es nicht. So, dann müssen wir mal auf das Schiffchen warten. Ich würde jetzt nicht wieder aufs Plus drücken, weil sonst... Warentransport auf Handelsroute negativ. Was? Handelsroute negativ? Ach so, du schon wieder. Das ist mir auch Wurst. Hallo, Schiff. Wo bleibt es denn? Oder habe ich es... Ich deppschic's zur falschen Insel, oder? Wo ist denn mein Schiff? Schiff. Äh, da steht's. Und find's wieder nicht. So. Komm ran hier. So. Äh, nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich. Dann brauche ich die hier. Nehmen wir mal 50 mit. Dann brauche ich noch Stahl. Nehmen wir 50 mit. Und ich brauche Werkzeuge. Nehmen wir mal alles mit, was er hat. Schiff auswählen. Wieder zurück, die ganze Geschichte. Und dann können wir gleich ein Atomkraftwerk bauen. So, komm schon. Und dann geht es schneller. So ist das schön. So ist das besser. So, jetzt komm. Junge, komm. So kann ich zumindest mein Energieniveau so schnell wie möglich anheben. Warnung. Produktion gestattet. Jetzt muss ich mich um den erstmal kümmern. Ja, ist klar. Komm. Mach Pause, Junge. So. So. So, jetzt haben wir alles da. Hoffentlich. Nein. Ich brauche noch Beton. Beton brauche ich noch. Dann muss ich halt noch zu der Insel fahren. Na, komm Junge. So. Beton. Ach, nehmen wir solche noch mit. 40 Stück. Und Beton. 50 Stück. Und ein paar Werkzeuge. Was ich nicht ganz so leer fahre. So. Das Schiff dürfte auch gleich wieder da sein. Sup. Da kommt es auch ins Bild geschossen. So. Transferieren. So. Spiel gespeichert. Da wird das Spiel schon wieder gespeichert. Wieso auch immer. Warentransport auf Handelsroute. Negativ. Hallo. Du hast doch das Zeug, oder? Ja, hat er. Ah, du. Ach so, kannst du es nicht. Kriegst du es nicht geliefert? Muss ich ja doch fast. Schon kriege ich meinen Strom. Ja, er fährt hoch, der Reaktor. Sie haben den Gamma-Komplex reaktiviert. Ich kann den Energietransfer dorthin messen. Ist schön, dass du das messen kannst, du blöder Dreckscomputer. So. Mein Energieniveau steigt und steigt. Handelsroute 2 wird jetzt umtransferiert. Utan, da muss ich den raushauen. So. So. Einladen. Die hier. Und hier. Ausladen. Die hier. Perfekt. Schließen. Ich hoffe, die Produktion reicht. Und ich habe die hier Handelsroute richtig eingestellt. Ja, habe ich. Gut. Schließe ich mal die ganze Sache hier. Hat es denn hier kaputt? Oh, Gewalt. So menschlich. Aber von meiner Schildtechnologie prallt sie einfach ab. Ja, ist klar, ist klar. Meckere nicht lang rum hier. So, das dauert aber lang, bis der richtig hochgefahren ist. Aber ich habe gleich das Energieniveau, bevor das überhaupt komplett oben ist. Ist ja toll. So ein Atomkraftwerk, das reicht schon was. Also, ich habe zwar nichts gegen den Atomausstieg, aber wenn er so viel Energie bringt, ist ja doch irgendwo positiv. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Stippvisite machen, was hier bei euch los ist, Jungs. Wie es euch geht und so. Ich müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fleisch produzieren. Ja, nur mit der geht der Platz schon langsam da hinten aus. Diese Felsformationen am See eignen sich gut für einen Staudamm zur Stromerzeugung. Vorausgesetzt, sie sind im Besitz der Konstruktionspläne für ein hydroelektrisches Kraftwerk. Wow. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ach, verarsch mich. Aha. Als wo ich jede gleich den Strom beisammen habe. Was erschließen Sie den See zur Energiegewinnung? Erforschen Sie dafür im Forschungslabor Generatoren. Fünf Stück Steuerungsmodule. Machen wir doch glatt mal. Filteranlage. Erforderliches Energienbüro. So, dann haben wir hier das Energienbüro. Dann kommt natürlich die hier. Wäre doch super, wenn es jetzt gleich richtig funktioniert. So, jetzt läuft der erste Mal zu 64%. Ist ja wunderbar. Da ist ja noch viel Luft nach oben. Da geht noch was. So, wie viel von dem Uranscheiß haben wir noch? 20 Stück, das reicht leicht. Ich bin begeistert. So. Bin ich gespannt, wie weit das mal... Modulkonstruktion finalisiert. Juhu. Ah, die Magnetspule. Ausgezeichnet. Nun fehlt nur noch ein Modul. Der Hochleistungspuls. Damit erzeugen wir eine Überlastung in Fathersystemen. Okay. Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. Sie können nichts vor mir verbergen. Sie entwickeln... Tausend. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ja, dann machen wir halt den Käse. Mit dem Kraftwerk. So, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich hier... Was wollen die Leute? Getränke. Getränke wollen die Leute. Dann kriegen sie Getränke. Fruchtbarkeit fehlt. Dann kannst du mich kreuzweise und ich baue noch ein zweites Atomkraftwerk. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, schön. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wow. Geist. Geist. Schuss. Ja.